hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft bei mir mit dem eric na eric ok erstes thema eric warum hast du einen eigenen server warum nicht warum was sagst du los naja eigentlich war es ja so für ein kraftwerk event also keine ahnung ja kenne ich ja und weiter die zuschauer interessiert auch vielleicht eric ne ja verpiss dich doch das persky also ich mache das jetzt einfach so weil eric hat ja das ist mir erst noch fertig machen also warum ich den server habe ja können wir ganz einfach erklären wie gesagt es soll ja so ein kraftwerk event geben das gibt es auch ist zwar nicht der hauptserver mit der ip die im disco steht und dann kamen ein paar leute die ich von damals kenne von anderen minecraft server teams und ich habe noch 18 ja bau dir mal hin ich hole noch welche ich dachte irgendwann sagst du mal ja irgendwann nein eric nein einfach nein hör auf zu heulen jetzt wird es halt ein server netzwerk mit bad wars build ffa knock ffa und den ganzen scheiß weg weg kraft kraft was das denn gut ich spiele da nicht mir sagt mir was das ist kraft einfach mal kraft mich einfach geschämen wird es wie mit kufs an quak vau stavier cool cool kate lehrtasse craft oder ich vielleicht schreibt muss auch zusammen euch bin ich sicher wie noch mal habe ich zugehört und e noch sorry zusammengeschrieben kraft cool das ist ein mod tag nein das ist einfach das ist einfach nur eine modifikation für minecraft wo du mit einer hohe andere leute abschießt in arena jetzt basically ich darüber kann ich nachdenken das klingt ganz gut das ist aber nur wenn die maps gut sind und leute spielen wenn leute es nicht spielen macht keinen spaß ob wir es jetzt er jetzt weiß das ganz krass ist jetzt dein leben ich kann jetzt hier entweder ich bin immer noch so verdammt überbelichtet hier ach so andere sache eric wo ich drüber reden wollte ja du stinkst ja das ist nichts anderes wenn du meinst ok wann warst du das letzte mal duschen gestern traurig dass du gestern das letzte mal duschen warst heute sonntag ja und da geht man trotzdem morgens duschen nein doch doch ich jetzt hier einen gravel schwingstangen ich ignorieren einfach weiß ich dass man ihn schon bei dir gesehen hat bei mir hat er nicht hat man ihn nicht gesehen ist also ja ich sollte J sache die normaler ansp stan ist ja ja ich überleg noch auf ich auch wenn es mir nur so die anderen habe ich ganz fünf fans ist du erhältst die fans Ja, guck mal. Hab die Fences benutzt. So. Wunderschön, oder? Erik, wunderschön. Bin grad weggeflogen, warte kurz. Warte mal, wie hoch ist meine Render Distance? Auf 19, Digga, hab ich lack gesoffen. So weit, dass man die Tower Bridge auf jeden Fall schon gesehen hat, Erik. Hab ich lack gesoffen. Ich wundere mich, warum meine FPS so down sind. Und hab meine Render Distance auf 19. Gut, ich hab glaub 16. Lass mich kurz gucken. Erik, du nimmst auf. Ich hab 16 Chunks, damit du es dich aufnehmen. Ja, du hast aber auch way better PC than me. Way better, Bro. Ja, das kann schon sein. Irgendwann 30,60 in meinem PC und dann lach ich Julian aus. 30,80 GG. Die Scheiß. Ist schon bestellt, ihr. Nein, Spaß. Kriegt der denn 1070? Nee, die baue ich noch dazu ein. Wir haben da schon mal drüber geredet, dass die 30,80 das nicht mehr unterstützt. Doch. Nö, wenn ich das will, dann nicht. Gut, der Tunnel-Eingang sieht jetzt echt scheiße aus. Das ist richtig. Vielleicht soll ich es einfach so machen. Aber dann musst du hier, wo die Carpenter... Digga, genau da. Nicht da, wo die Carpenter-Blöcke sind. Achso, nee. Das kann sein. Achso. Nee. Einfach nee. Warte mal. Was Erik, man machen kann, da hinten, den Block, den brauch ich nicht. Naja, aber du brauchst den Vorderen. Wohl, doch, den brauch ich auch. Scheiße, doch, den brauch ich auch, glaube ich. Warum? Wofür? Sonst sieht man das, obwohl man könnte das hier innen tatsächlich lassen, vielleicht. Ja, ich sag ja, sparsam. Ja, mach das innen mal wieder weg hier, die... Ah, die Radeon-Software. Neue Radeon-Software-Aktualisierungen sind verfügbar. Ja, ich starte jetzt aber ganz sicher nicht mein PC neu. Doch, auf jeden Fall mitten in der Aufnahme, Erik. Auf geht's. Immer mitten in der Aufnahme, Neustart. Ja, mach ich auch immer so. Such mich. Nö. Doch. Du versteckst dich doch bestimmt hinter dem Gravel. Nee. Eigentlich nicht. Dann such ich dich jetzt auch nicht. Och, Julian. Du bist schon zweimal dran vorbei. War... War... Nee. Nö. Nein. Einfach nein. Julian, einfach... Julian, einfach... Julian, einfach raus. Moin. Einfach raus. Einfach raus, Erik. So. Dann machen wir das Gleiche. So. Und für den Flex, Erik. Machen wir das jetzt so. Ich würde eigentlich Erik machen. Du hast bestimmt noch Locks, oder? Ja. 1110. Dann kannst du es ja auf der anderen Seite schon mal anfangen. Ein Scheiß. Warum nicht? Warum nicht? Warum sollte ich? Hey, hey. Gut. Du kannst es auch einfach lassen. So. Dann haben wir drei Locks. Und... Und... I'm out of Locks. Ich weiß trotzdem noch nicht, ob das am Eingang so geil aussieht, aber es ist okay. Okay. Ja, doch. Ja, doch. Schon. Kann man zumindest lassen, ne? Ja, schon. Ist auf jeden Fall nicht komplett beschissen, Julian. Ja. So. Es ist so geil. Ich häng endlich wieder in Minecraft schon rum. Hast du noch Harfslaps, Erik? Nee, wahrscheinlich nicht. Zehn. Ja, das wird nicht reichen. Dann hol ich welche. Ich bin gerade eh bei dir im Haus. Naja, nee, du musst Stone... Ich überlege gerade, ob ich es aus Stonebrick Harfslaps mache. Ja, nee, hol mal noch Harfslaps. Bitte gehen Sie AFK. Slash AF. Nup. Ach, komm. Slash AFK. Ach, komm. Vielleicht... Achso, nee. Nee, dafür nehme ich mir jetzt deine Scale-Rüstung hier. Und wenn du das machst, bist du gebannt. Ich will mir die mal ganz kurz anschauen. Klar, Moment, bitte. Und wenn du das machst, bist du gebannt. Ja, ich möchte mir die ganz kurz... Ach, die sieht schon geil aus. Ich fühle mich auf einmal mächtig. Was ist an der Rüstung eigentlich so besonders? Und warum ist die Enchanted? I think... Ich glaube, die würde Enchanted geil aussehen. Sag ich die so, wie sie ist. Mag sein. Ich habe sie trotzdem Enchanted. Hier gibt es noch keinen An-Enchanted, oder? In der Version. Also, Vanilla-Enchanted. Nee, nur den... Den besseren Enchanted. Ach, den... Ja, gut. Der ist ja nicht Vanilla. Ja. So kann man in der neuen 1.16 ganz toll anenchanten, oder? Hm, ab 1.14 ist das, glaube ich. Gott. Gibt es einen Block, womit du anenchanten kannst, ja? Ist aber geil. Na gut, weiß ich nicht. Ob ich das so geil finde, das in Vanilla... Ich bin immer noch der Mod-Fan, deswegen, ja. Aber das darf ich auch sein. Das ist schon okay. Nee, darfst du nicht. Doch, weil ich alle Generationen Minecraft bin, das darf... Darf ich schon. Scheiß. Eric, wolltest du das nicht hier Terraform? Nee. Nee, lass mal ihn gern. Ich habe gerade Jula angesagt. Ich bin mir nicht sicher. Achso, Eric, wo... Ah, wo ich... Was ich noch ansprechen wollte. Boah, hier musst du auch noch einen Weg hinbauen. Das sage ich dir so, wie es ist. Wo denn? Warte. Wo bist du? Willst du wieder abkotzen? Wo bist du denn? Ich weiß nicht, wo du bist. Da haben wir zu deiner Farm. Deiner XXY-Farm. Ja. Ja, moin. Ja, und wo? Einen Weg einmal hier durch. Na, wird schwierig. Scheiß. Brauchst du dir eine Brücke hin. Gehst ein paar Blöcke nach oben. Bindest dann da an. Was für schwierig. Aber man kommt... Mir kommt... Nee, nee, Eric. Das will ich... Nein, weil man zum Bahnhof schon kommt, tatsächlich. Außen. Ja, aber du hast schon mal gesagt, dass es scheiße ist. Nee. Ich finde es nur scheiße, dass man um mein Haus rumlaufen muss. Oder durch mein Haus durch eigentlich. Und deswegen ist ja dieser Verbindungsweg jetzt da. Tatsächlich. Naja, Jörg, musst du wissen. Wir hätten tatsächlich die hier sparen können, Eric. Aber egal. Ja, muss ich mal gucken, Eric. Aber gerade andere Sachen, die ich priorisiere, die noch zu machen sind. Wie zum Beispiel... Wow. Wow. Wie zum Beispiel, ähm... Muss das hier noch... Wow, aber er hat ernsthaft einen Dirt vergessen. Muss ich das hier noch abreißen nochmal. Und dann muss ich hier wilde Sachen machen. Wilde Sachen, Jörg, ganz wilde Sachen. Ja, wilde Verbindungssachen auf die Mauer. Wait, ist es nicht jetzt wieder so, wenn ich gelbe, äh, grüne Sachen in die Kamera hätte, dass die wieder rausgekippt werden? Normalerweise würde es so sein. Wenn du einen Greenscreen benutzt, Eric. Das ist so... Hat der so an sich. Ey, ich benutze einen Geflusscreen, weißt du? Auch gut, Eric. Warte, ich nehme mal ganz kurz das Ding. Das ist das einzigste Grüne, was ich hier gerade in meinem Zimmer sehe. So ein Stück Lego. Ey, Nussknacker. Lost. Nein. Geh nochmal weg. Geil. Danke. Nein, du sollst da weggehen. Ja, ich kann gerade nicht. Ja, ich habe dich weggehittet, aber ist gut. Ja, es ist wirklich weg. Eric, geh mal weg da. Und einfach schlagen, bis er wirklich weggeht. Bleib stehen ohne Biss, Greenscreen, sonst gibt es Schläger. Aber ich habe keine Erde mehr dabei. Eric, ich brauche noch Erde. Aber ich, ich, ich habe hier. Hier, hier. Geil. Jetzt geht es mal ganz ruhig hier. Oh mein Gott, mein Bruder ist das Game gejoint. Un-fucking-fassbar. Ich schreibe BB. BBV. Welcome back. To the victory. Yes, of course. Was? Was ist eigentlich in der... Bitte was? Actually, es kommt halt auch einfach keine Antwort. Ja, das ist... Mein alter Leak-Rechner, der ist nicht so schnell. Nein, darüber diskutieren wir jetzt nicht diese Folge, Eric. Ich wollte über diese Folge, in dieser Folge drüber diskutieren, dass ich eine Facecam habe. Vielleicht bald. Was? Ohne, ohne Greenscreen aber. Nee, das würde ich bei dir nicht machen, Julian. Warum? Da steht nur Lego im Hintergrund, ist okay. Nee, weil ich glaube, bei dir würde ein Greenscreen nochmal auf ein ganz anderes... Bei mir hebt es schon auf ein anderes Level. Von Geilness her. Aber bei dir würde es auf ein ganz anderes Level... Aber da muss ich ja regelmäßig rasieren, Julian. Nee. Nee, wäre trotzdem Chewbacca. Hä? Ich stehe zu meinem Bart, ja. Scheiß. Ist so. Der Block kommt da jetzt wieder weg. Nein, lass den Block da! Bitte, Eric, mach den Block wieder hin. Disconnecte gleich. Danke. Lösch dich. Okay. Hallo? Ja, Eric. Versuch hier noch zu terraformen ein bisschen. Ja, kannst du ja machen, da habe ich ja kein Problem mit. Das ist ein halbwegs okay Übergang ist. So ein Übergang, der halbwegs okay aussieht. Das war jetzt irgendwie too much. Ja, das sieht wie er aus, Eric. Lass mal, lass mal so. Warum, hä, warum machst du da jetzt weg? Eric. Okay, das finde ich noch nicht mal so bad. Ich glaube, ich lasse es so. Da kommen ja noch Gras... Warum, Eric? Warum? Da kommen ja noch Gras und Bäume dran, deswegen. Scheiß. Hä, das ganze Gebiet wird noch mit Bäumen befüllt. Ach nee, hätte ich nicht gedacht. Ach so, ja, nee, aber wir müssen eigentlich über die, ähm, diese Kamera diskutieren, die da... Kamera? Was für eine Kamera? Ja, so Facecam und so und... Ja, was für eine Kamera? Es ist irgendeine alte Logitech. Welche? Kann ich dir nicht sagen. Doch, musst du mir sagen. Das kann ich dir echt nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Du musst es mir sagen. Google nach alter Logitech-Kamera. Ich kenne Logitech-Kamera. Ich kenne Logitech-Kamera. Ja. Wenn es die ist, die ich gerade denke, dann solltest du es lieber lassen. Was ist das denn für eine? Schick mir ein Bild davon. Warte, ich kann dir einen Amazon-Link schicken. Einen Amazon-Link? Warum einen Amazon-Link? Da muss ich aber ganz kurz in... Auch wenn es jetzt ugly... Ach, ich lasse... Ach, falsche Szene, Scheißsack. Kannst du dich raus-tappen? Einfach. Also, ich bin halt aber auch selten dämlich, ne? Du müsstest ja einfach nur raus-tappen. Ja, aber ich habe Bildschirme auch normalen, Julian. Mach... Dann gehe ich in die Szene, die ich in den Streams immer nehme. Aber du hast so einen zweiten... Du hast so einen zweiten Bildschirm. Mach das doch einfach auf den zweiten... Ja, als ob ich das auf den... Egal, ne? Dann gehe ich... Du kannst doch Google auföffen. Halt doch mal kurz das Maul, Julian. Okay, okay, okay. Dann gehe ich in die Szene bei OBS, die ich immer im Stream nehme, wenn man was nicht sieht. Reimer darfst du raten, von was das ein Bild ist. Von dir? Nee, von der Tower Bridge. Wow, Erik. Da würde ich mal sagen, äh... Und wieder darf der Black Screen rein! Gönn dir. Ach, das ist doch alles scheiße! Da... Da muss ich schon mal sagen, Erik, das ist natürlich jetzt bitter. Ach, halt's Maul! Jetzt bann ich dich. Ehe, hehehe. Das ist doch permanent. Oh Gott. Was wollte ich jetzt holen, Erik? Ihr kennt's nicht? Die Logitech Meetup Videokonferenz Webcam für 1099 Euro. Nö, das... Ne, alte Logitech. Junge. Ja, ich sag mir alte Logitech. Erste 1900 Euro. Ja, die ist... Das ist die erste, die auf Amazon kam. Gönn dir. Und das ist doch auf jeden Fall die. Erik, hör auf zu spammen. Nee. Nein, das ist eine... Das ist eine runde Klubsch-Augen-Kamera, Erik. Irgendeine alte, runde Logitech. So eine Kugel, Erik. Like, ja. Ich weiß nicht. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was das für eine ist. Hast du mir noch einen Link geschickt, Erik? Nee, ich tue nur so. Ja, natürlich! Ja, wenn... Ja, so eine... Lass es lieber. Warum? Ich weiß nicht, ob es genau die ist, aber... Ja, aber irgendeine. Ja. Gibt es sogar bei Amazon, ne? Ja, und was kostet die? Die ist halt nicht verfügbar. Vielleicht die hat ne... Vielleicht die Facecam wird sowieso nicht Vollbild sein, Erik. Ja, bei mir doch auch nicht, du Fischkopf. Ja, also die... Du Weißkopfseeadler. Aber? Meine Damen und Herren. Was? Was? Nächste Folge, Erik, oder? Wir sind am Ende unserer Folge. Nächste Folge, Erik, wie wir, welche Kamera das ist. Ich schaue nach zwischen den Folgen, Erik. Was hältst du davon? Ja, ich nehm jetzt auf jeden Fall keine mehr auf. Ähm... Okay, dann... Wir wählen wir es vielleicht doch nicht, weil wir es vergessen. Bis zur nächsten Folge. Aber ich schaue trotzdem, welche Kamera es ist, Erik. Darf ich jetzt abmoderieren? Jetzt darfst du abmoderieren. Sind wir bei 20. So, wir sind am Ende unserer Folge angekommen, ne? Nichts du? Wenn es euch gefallen hat, ne? Dann lasse den Daumen nach oben da bei dem Julian und bei mir. Und den Abo auch noch. Und dann schönen Tag noch. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank.